Hey Leute und Willkommen und ich habe jetzt schon einfach mit der Rolle Rechtsklick gemacht und ja, scheiße. Gut, hallo auch an meine Zuschauer. Und ich hatte einen kleinen Fail und da und da und da. Haben wir ein bisschen Cobblestone? Haben wir noch Cobblestone? Äh, das habe ich immer weggeworfen. Geht zur Turtle. Ich habe jetzt nur aber den Turtle weggeworfen. Aber eigentlich müsste es noch da sein. Electric. Äh, nee, gar nicht. Ja, weil ich es gerade wahrscheinlich erst alles rausgeworfen habe. Oder die Turtle kommt gleich wieder zurück rein, einfach der Turtle hinterher. So, Eisen, Eisen. Alter Schwede, ist... Hast du das ganze Eisen eingesteckt? Äh, was für ein Eisen? Ja, habe ich noch in meinem Tag. Ah, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ist nicht schlimm. Ja, aber ich habe auch viel gecraftet und deswegen, also ich muss da viele Eimer machen und so. Ja, klar. Aber ist ja auch zum Zaubern ganz gut, weil ich habe heute, ich habe in den Netzen verfolgt, irgendwie vier Rezepte. Electric Furnace. Jetzt sind wir, haben wir auch elektrische, elektrische Öfe, das heißt, wir können die normale Öffnung abbauen. Kann man den, äh, erdabbauen? Ja. So eine Frage, weil, das Ding ist verschwunden. Das kann nicht verschwinden. Das Ding ist verschwunden. Wenn, dann bleibt sie irgendwo stehen. Ähm, wie bist du denn da reingekommen? Ich habe mir immer so einen kleinen unterirdischen Gang gekraben, den wirst du finden können. Äh. Wo ist die? Ja, ach, meine Frage. Ja. 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 Die kann sogar durch Lava schwimmen, das macht ja nichts aus. Ja. Wo ist die hin? Ach. Ist die vielleicht vorne bei der Truhe? Ach nee, ich sehe sie. Wo ist sie? Sie ist alle. Sie ist dort. Sie ist keine Energy mehr. Ich rücke jetzt Lava-Sails von oben. Ja. Ich versuche da so ranzukommen, dass die Creeper nicht hochgeht. Ja. Ein bisschen Cobblestone hatte sie. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, wir haben keine Lava-Sails mehr. Wir müssen also wieder mit Kohle anpowern. Ich hole Kohle. Äh. Aber die hat doch Kohle noch im Inventar, ist das Ding. Ah, dann haben wir den Chunk verlassen und deswegen ist es unterbrochen. Deswegen brauchen wir diesen Chunk-Loader. Verstehst du? Hm. Gut, dann starte ich sie neu. Er dachte gerade erst so, hä, will ich jetzt die Aufnahme neu starten, hä? Aber dann, dann ist mir ein Gefallen. Nee, 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 nee. Das schafft so ein Scheißen. Hast du das jetzt abgebaut? Nee, 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 die steht da noch. Bei den Creepern so. Oh. Na, ich kann den töten. Ich auch. Das macht mir ernst, weil ich nicht sehr viel... Ah, der wurde einfach nur vom Creeper aufgehalten. Weil der Creeper im Weg stand. Gut zu wissen. Ah. Also, und die Husa, also, wenn ich dir vorstehen würde, würde sie mich einfach wegschlagen. Ja, aber vielleicht, weil sie weiß, der Creeper geht hoch. Hm. Und so. Egal, lass mal so weiterlaufen. Hm? Dann lass mal so einfach weiterlaufen. Ja. Oh, wir brauchen echt mal noch ein bisschen mehr Essen, ne? Hm. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Oh, wie sollen wir unsere Felder machen? Wer nennt der da? Oder wir holen Oreo. Oder Keks? Hm. Auch wenn mit Insidern. Ja, gut. Obwohl unsere Farm schon ein bisschen was hergibt. Also, ich hab jetzt schon fünf Kartoffeln. Also, wir haben jetzt bald einen elektrischen Ofen. Ich brauch noch ein bisschen Copper und das mit dem Copper-Kabel zu verbinden. Ja, ich hab schon, äh, 16 Kartoffeln, 18 Kartoffeln jetzt, die ich mir erst mal schon zu Ofenkartoffeln machen werde. Das ist gut. Boah, hätten wir mal auf dem Server genauso Probleme wie hier mit Ofenkartoffeln und Mangel. Weil es gibt so... Ach, das wär richtig doof, wenn die den Beruf abschaffen, ey. Ne, die schaffen die nicht ab. Die setzen den Lohn runter. Das wär ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, das ist genauso doof. Ja, aber... Ja, ähm, der Koch ist einfach zu hoch bezahlt. Der ist der stark bezahlteste Job. Früher war mal Bäcker der stark bezahlteste Job. Und, ähm, den haben sie auch runtergesetzt. Ich... Bäcker? Bäcker. Ich hab nur davon gehört, dass Elektriker so richtig krass hoch war. Mh, Bäcker war wirklich, da waren alle Bäcker. Ich hab nur gehört, dass Elektriker so hoch war. Äh, da hat doch dieser eine Typ hier sein Diamanthaus gebaut. Aber lass mich mal über diesen Server reden. Genau. Also, ich hab jetzt hier den, ähm, Electric Furnace, also den elektrischen Ofen angeschlossen. Und jetzt kann man nämlich alles darüber laufen lassen. Wenn wir jetzt Sachen hätten zum Brennen, wenn die Turtle etwas bringen würde, tut sie aber nicht. Ich könnte die zweite Turtle starten. Tue ich jetzt auch parallel dazu. Wir brauchen noch ein bisschen Kisten und dann startet die zweite Turtle. Einpacken. Wenn ich mal ehrlich bin, ich hab grad keine Ahnung, was ich da reinpacken soll. Weil ich dann hab nur noch weniger Ahnung von... Ey, was könnte man mit Steinen kombinieren? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Magie ist nicht so mein Thema. Mein Thema ist eher die Elektronik. Hm. Ich muss die Kisten rechnen. Hm. Oh, ich hab was gefunden. Benutzt ob sie die Ideen dafür, ne? Nee. Oh, Feier wieder, ne? Ganz ehrlich, ich nehm jetzt meine Diamantspitzhacke mit. Das ist das, was mir fehlt. Robine, wenn er die im Inventar hat, nicht töte denn. Warte. Hab ich sie im Inventar? Nee. Was will ihr denn? Ich hab meine Diamantspitzhacke. Damit könnte ich halt auf die Siamen fahren gehen, für das ist never total. Okay. So, jetzt waren sie noch da oben, äh, als er die alt in die Kiste gepackt hat, dass er halt voll sozial so weiß. Na, weißt du? Voll sozial, ey. Ich glaub nicht, dass er das gemacht hat. Also nicht jetzt unabsichtlich oder so, ne? Aber ich glaub, äh, dass jetzt... Ich glaub, er war einfach nur, er war einfach nur wütend darauf, dass seine Aufnahme irgendwie zweimal abgebrochen ist und so. Ja, und ich war wütend auf ihn. Ach, nochmal vorkommen. Dass Menschen auf andere Menschen wütend sind. Ich sag jetzt nichts. Ähm, ja, was wollten wir noch hier machen, so? So relativ spät. Ah, Moment, ich muss Labelset. Kleinschreiben. Gut. Ähm... Nein, hat er nicht. Hat er natürlich nicht. Ah, hier ist noch ein, äh, Sklett. Äh, ja, ich würd erst mal sagen, ich geh wieder mein Inventar leeren und, ja. So, dann wollen wir schlafen gehen. Äh, Moment. Ich geh auch mal einmal kurz was gucken. Oh, ich weiß. Ah, und Fire. Hm? Was kann... Man hat noch Fire. Hm? 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 Gut. Gut. Zweite Turtles unterwegs. Penn? Sofort, okay? Jo, also ich kann warten. Mir ist das egal, ich brauch nicht Penn. Ähm, ja, doch, schöner. Ah, ah, fuck. Was hast du denn jetzt gemacht? Du hast es eingeklemmt. Äh, okay. Nein, nicht das eingeklemmt. Ja, komm. Oh, jetzt ist er nicht, oh, jetzt ist er nicht, bleibett. Hast du den Musikanten geknochen, irgendwie angehauen, oder was? Nee. Das passiert mir immer, aber. Ja, kennt dabei jeder. War es einfach so richtig typisch. Und von dem Moment gerade unbedingt wäre er langweilig. Ja, gut. Also ich hab jetzt die zweite Türte losgeschickt und werde jetzt... Oh, Enderman. Ich glaub, er ist wütend. Nee. Steht direkt vor dir. Gut. Ähm. Und zwar baue ich jetzt den Extractor. Extractor. Genau den. Und zwar baue ich dafür einen Maschinenblock, vier Tree Traps und ein Electric Circuit. Weil daraus kriege ich dann nämlich drei Rubber aus einem Stick Resin. Beziehungsweise ich kriege einen Rubber aus einem Rubberwood Baumstamm. Den baue ich jetzt. Gut. Also. Wir brauchen natürlich wieder Rubber. Haben wir Flint? Flint, ja. Flint haben... Ja. Und in der Kiste bei der Turtle. Wenn ich's nicht weggeschmissen habe. Ich glaub eher, dass es weggeschmissen muss. Nee, hast du nicht geil. hat das nicht einfach die aufwärtsgericht geschwankungen ich habe noch nicht mitbekommen bei mir schwankt man will das nicht so ein bisschen von spiel spiel bin ich dumm bin ich dumm kohle nein ja kann gut sein doch wir haben doch weil ich habe jetzt wirklich zwei stecks kohle in die turtel reingepackt damit die lang genug fährt ja geil bin wirklich mal kurz ok wer da was weg ja ok moment auf voll cool basic alchemy ich hab basic ich wollte so krass nah an den zauberstäben wird das glaubst du kannst du in mein buch gucken wenn ich da reingucke sehe ich meine mein fortschritt der magie ich habe jetzt schon ein zwei drei vier fünf sechs dinger erlernt das richtig krass finde ich glaube du bist noch von den zauberstäben recht weit entfernt du musst ja noch dieses irgendwie egal dieses was ich glaube das dauert auch diese eine muss das eine rezept machen wo du viele brauchst sehr viele materialien da so wirklich lange ja das ding ist wenn ich jetzt mal da rein gucke es gibt einmal basic alchemy und dann gibt es links davon noch was und dann gibt es noch eins was wahrscheinlich viel hat und danach kann ich ich muss wahrscheinlich noch zwei große machen oder das hier ist das hier das so ungefähr was kann ich denn jetzt als nächstes kommen ich glaube nicht oder ja 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 da kommt was ja da sehe ich noch was ich glaube du kannst du bekommst jetzt die hau die ich glaube bevor du die zauberstäbe bekommst bekommst du diese sachen wie taumium schwert taumium dann kriegst du noch diese lampe ich glaube die hast du schon dann kriegst du auch noch die ganzen verzauberten waffen und so das heißt du kriegst dann dieses windschwert und die eine schaufel und die hau die gut ist und die spitzsacke wo du dann räumten und sowas alles schisse ich glaube es war vorher oder ich weiß nicht wenn sie vor oder nach den zauberstäben das weiß ich nicht glaube nachdem oder vornehmen genarmung mh 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 kann ich mir gut vorstellen ähm saxum oder instrumentum instrumentum war das glaube ich was ich machen wollte instrumentum kann man das nicht auch mit eiern ähm instrumentum ist das nicht keine Ahnung äh oh Robby ähm ähm anvil ax wind post pickaxe shear shovel oh Flint dann haben wir noch eins warum mache ich das eigentlich oben noch ich brauche hier um nichts mehr brennen können wir alles ohne den elektrischen ofen machen ganze kohle hier die drin ist kann raus die öfen können auch abgebaut werden er zeigt der zaubertisch mir eigentlich auch sachen an also lässt er mich auch rezepte doppelt machen doch er lässt sich rezepte machen die du noch nicht abgeschlossen hast das ist ein rezept rausnehmen und sagt du machst lieber ein anderes kann sein dass es noch mal kommt abgeschlossen ist machte ich noch mal machen dann ist schon gut weil da kann man dann schon mal dieses schad hier wir benutzen ja jetzt habe ich doch wieder meine diamant peter egal es wird gleich nach dem musik geht schon an ich will mir eben vorher ob sie damit wir es mehr verteilt heute noch schaffen da sind eigentlich egal ich brauche nicht schlafen ja keine ahnung ist immer schöner noch wir haben so viele zaubert mir das so cool ich will endlich den zauberstäbe haben und ich habe viel gekraftet wir haben jetzt schon gleich die zweite maschine jetzt werden die folgen eigentlich immer spannender ja auch wenn wir braucht man spricht thema worüber wir sprechen so weil das nicht so gespannt was wir gerade machen das stimmt auch wieder da kann mir auch von mir eingebildet da kann es nicht doch eben ich bin nur so ein arrogantes schwein ne eigentlich ist immer sehr sozial musste ich noch nicht ja jetzt weißt du es aber schloch gern geschehen ob du schlieb richtig nicht doch immer wieder freundlich dazu von mir zu hören naja und scheiße nieder man ist ein feld und hier und wann ist eigentlich so in der woche kann in der woche das ist unterschiedlich so wie ich mich gerade fühl also in der woche spätestens spätestens so 23 uhr ja im grunde entscheidest du wann du schlafen gehst oder was ja also deine eltern sagen dir jetzt nicht so ja du musst naja spätestens gegen also um 23 uhr rollen sie langsam die augen und sagen komm jetzt geh langsam ins bett aber es gibt keine feste schlafzeit ne also jetzt nicht so sandmännchen gucken und dann ne zack zack ins bett ne 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 also meine eltern wissen dass sie mich verlassen können dass ich am nächsten morgen rauskomme und ja das ist gut wir brauchen nur noch einen ob die jahre ja aber du meinst wir brauchen ja für den lever verteilen nur ich glaube ja 10 ich hab 10 ich wundere mich eigentlich bin ich freitags immer sehr müde also und jetzt bin ich auch recht hell wach das wundert mich schon ja ich bin freitags sehr müde weil ich eigentlich morgens sehr schlecht auf dem bett komme dann stehe ich halt auf fünf sechs stunden stuhle geht eigentlich nicht das wettkommt tue ich morgens eigentlich nie ich stehe auf und bin wach und seit neuestem das erste was ich mache ist computer an und anfangen die videos hochzuladen und die videos parallel dazu zu rennen während der schulzeit aber ich glaube dass ich auch daran dass ich jetzt also sonst konnte ich auch immer so schlecht aufstehen und entfernen sagen aber ich habe eine aufgabe früh ist und jetzt fülle ich die auch aus was noch ein iron kein iron mehr ja ich habe noch 32 weiß man einfach aus brauchen und vor kurz gut in die hölle gehe ich übrigens nicht warum da sterbe ich nur habe ich genug essen aber ich sollte eigentlich genug essen dabei haben we need to go off screen machen müssen das erste mal da durchlaufen wieso wegen laden naja hat es überlebt hat es überlebt ich habe schon direkt ein gast der über mir schwebt ein gast dabei dieser hässlichen schwebe füchert jener ja ich weiß wie du meinst sechs für sie wird der franzose jetzt sagen boah das ist voll cool hier dieser netherstein ne der hat ja auch feuer und so ein sehr vieles zeug das ist gut für die magie für dich ach ehm langsam ist mein essen alle ja ich hab noch 13 ofen gott aufwendig kann dir gleich was geben davon ne 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 ich geh selber abfarmen hm aber mein feld ne das müssen wir mal erweitern weil das ist gut weißt du das ist richtig gut oh gott ich weiß nicht um den textureffekt wann es fertig ist äh warte ich komm lieber weil das ist echt doof wenn Wunder ist jetzt cool mein nether portal wird mir auch als latest death angezeigt obwohl ich hier nicht gestorben bin ja du bist eine etage über dem nether portal gestorben wahrscheinlich cool da muss ich die verschiedene nether portal punkte machen äh home punkte setzen ok lass mal kurz schlafen gehen mal kurz ne tür brauchst du ne tür für meinen technik keller damit da nicht immer ungebetene gäste reinkommen auch mal kurz ne tür ich hab ja auch kurz ne tür von dir gecraftet ne hm ich könnte sogar ein paar mehr türen glaube ich benutzen schlafen äh oder sollte ich vielleicht mal ein bisschen was mit schwarzpilber machen gut haben wir gunpowder irgendwo ja hatten wir mal irgendwo ich weiß nicht ob wir es nicht in der alten base gelassen haben vielleicht ist es auf salpeter auch drauf salpeter auf salpeter ist gar nix gut aber ähm ich glaube das haben wir in der alten base gelassen ah ich kann den silverwood mal ein bisschen was zum äh hier ding zum magie benutzen genau das ist am besten dass du das für magie nutzt und nicht die teuren scharts ich gucke mal runter zur turtle 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 aha da beginnt es doch schon ich hab das nächste ding ich hab die nächsten zwei dinger schon wieder jawoll ah ja ein bisschen cobblestone wieder und auch ein bisschen eisen man macht ja bei magie relativ oft also ja man macht schon oft das gleiche teilweise muss man wirklich sagen also ne nicht wieder mit pfeil links pfeil rechts das zeug ne boah kommt es nicht ja schon wieder an ne du brauchst ja glaube ich für die ersten teile sehr oft ja gut sei dank gut sei fuck ich finde genau keine ahnung wie viele eier weißt du was wir machen wir machen eine hühnerfarm ganz ehrlich soll ich die nachbauen die bei mir ähm in meinem zweiten grundstück in der villa ist ja ja ich weiß nicht ob die sehr effektiv ist ja doch die ist effektiv doch doch ich packe mal zwölf kartoffeln in den ofen für dich ne 13 15 ist okay oder da habe ich mir dein technik keller mal angucken natürlich das sind ja angucken ist doch unser technik keller ja aber keine ahnung vielleicht ist ja noch so im aufbau oder so natürlich ist ja noch im aufbau lediglich eine dort hütte wo technik drin ist auch cool ich dachte wir jetzt noch ein schild drüber technik keller oder ne das noch nicht dann ist das lächerlich was du da gebaut hast danken ein hallo frau schaaf ich vergiss es nichts was denn verstehe ich was du von mir möchtest ich auch nicht keine ahnung was willst du damit sagen hallo frau schaaf meintest du dass ich saß so hallo frau die wird das nicht gucken da würde die sich viel zu sehr schämen meinst du oh es hat funktioniert gott sei discovery gunpowder ich hab gunpowder erlernt jetzt kannst du es glaube auch mit mit salpeter mischen so gunpowder ich brauche inges feier und fraktors habe ich fünf gunpowder cool was denn hier wir fehlen noch zwei sachen und das sieht aus wie moment wie uranium gip und oranium kann so crack silber nehmen da ist auch gift drauf ich habe noch was gefunden was ich machen kann jawohl ich kann noch was mit den trees machen wo ist der ganze marmor hin hm wo ist der ganze marmor hin den hat stegi mit marmor stegi 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 ne meinst du nicht oder wie doch geht noch einfach der beste da wollte er wollte er der allerbeste sein über jetzt muss es aber auch für leute erklären wie mich was du da gerade gesungen hast kannst du das nicht ne bevor ich da jetzt was falsches mache sag ich mal nix das ist obsidian totem boah das braucht man bestimmt voll viel zu zaubern hm du musst irgendwie obsidian totem hinstellen dort in einem bestimmten ab in einem radius muss dann bestimmt in einem bestimmten muss dann in der mitte der totems ein bestimmtes teil legen und muss es dann beschwören und was passiert dann das ist eine der letzten zaubereien ich weiß nicht was passiert ich glaub dann wird die magie neu aufgebaut oder so ich weiß es nicht alter weh du zauberst so viel dass diese blöden kleinen viecher sind die uns die ganze Zeit abschießen am besten zauber irgendwo da hinten weil dann schießen sie dich ab ok ich bin strobi ab ich bin jetzt irgendwie schon wieder nichts das nächste was ich brauche ja kommts vor gut also ich muss jetzt weiter bauen ähm als nächstes würde ich gerne ein boah wie hieß das nochmal wo man das alles so dust macht da verdoppelte ich nämlich meine meine ärzte mit ähm boah wie hieß das weißt du was ich meine naja keine ahnung ich hab die nicht so gut naja diese diese maschine die die ärzte zermörselt und verdoppelt verdoppelt und kann er der rektor naja ich glaube ich weiß wie das ding heißt meserator warte 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 ich weiß wie das ding heißt ähm irgendwas mit m ja meserator das ist kann meserator als das so hinkommen oh gott wie wird das geschrieben m a ah ich hab's ähm m a a messfabrik wie kristall mess ach mess ne messreplicator war das nicht das war für das war für was anderes das war für juju meta glaube ich ich hab jetzt vier eier ja mit e sa äh ich würd sagen auch solange dann beenden wir mal die folge ne das war ruhig wie es hieß Oh, Junge. Na, ich bin todmüder. Moment, ich hab's gleich. Ah, ich weiß, was wir vielleicht noch... was vielleicht da noch hinkommen können. Wollen wir Leder? Leder. Moment. Wirklich doof, dass ich das jetzt nicht weiß, was da kommt. Aqua, ich kann noch mal ein bisschen was mit Wassereimern machen. Wenn ich hätte... Ach, MAC. Hast du das erstes gesagt oder nicht? Nee, hast du nicht. Ist das eine Scheiße hier gerade? Ich will aber auch nicht, wenn Diamantwerkzeug verschwenden. Ja, die Maserator. Drei Flints? Habe ich diese Folge noch? Dann mache ich diese Folge noch. Das ist nämlich eine Maschine. Diese Maschine verdoppelt, also wenn ich da die Erze reintue, verdoppelt die die, weil die nämlich daraus zwei Dust machen. Und diese zwei Dust tue ich dann wieder in den Ofen. Ja, sondern halt zwei normale Barren. Das ist eine Verdoppelungsmaschine. Ein Zermörser, ein Zermaler, wie man es auch immer nennen will. Sack, zack. Gut. Komm mal Gags weiter raus. Das war aber mal so ein scheiß Teil. Ok und jetzt ein Moment ähm Feuerstein, wo hast du die Feuerstein hingepackt? Haben wir keine mehr Oh ne, das ist dein Ernst, oder? Wo hast du die Feuerstein jetzt? Wir haben keine mehr Doch haben wir So, ich baue jetzt noch schnell den Maserator und damit bin ich fertig für heute Ja, aber ich bitte ok Jo So So Flasserstein, Flasserstein Zack Ne, 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 war so Oh nein, ich muss einmal Refined Iron machen Ich bin gleich, gleich äh 2-3 Minuten Worte dich, eh Danke sehr Komm beeil dich schneller Gut, also wenn ich diesen jetzt gemacht habe, dann Bin ich auch dann für heute fertig Dann überrascht das erstmal für diese Folge Ähm Hier ist da noch ein Copper Cable Was wichtig ist, Copper Cable verlieren dann irgendwann über eine bestimmte Länge an Energie Deswegen sollte man schnell auf Glasfaserkabel umspringen Das Problem ist nur, dass man dafür Diamanten braucht, aber ich glaube es gibt auch eine Möglichkeit mit Redstone zu arbeiten, da kriegt man mehr raus Aha 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 Ja Meinst du jetzt mich oder? Meine Aufnahme ist schon wieder abgeschmiert Dann ist die Festplatte wieder voll, ne? Gut Ähm Ja Ich bin jetzt egal, ich muss jetzt nur noch Power Refined Iron raus im Ofen rausholen Ja Habe ich's Gut, das reicht auch schon 51,7 Megabyte ist unsere letzte Folge groß Das ist auch gut Alter Ganz ehrlich, 52,7 50,7 Gut, zack, zack Das kommt dahin 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 Und das kommt dahin, dahin Und den Meserator Haben wir jetzt geschafft Gut Den baue ich jetzt nur noch auf So Der hat Strom Da ist auch genügend drin Der hat noch genügend drin Gut Also Das Das War's nun von der Folge Wir haben In dieser Aufnahme ist ja schon viel geschafft Ich habe jetzt Den Generator geschafft Den Generator Generator Den Iron Furnace In Badbox Den Extractor Und den Meserator Gut Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, gebt einen Daumen hoch Lasst Kommentare da Gebt vielleicht ein Abo Und Bis zum nächsten Mal Euer fliegende Schaf Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin